Das Rear Seat Entertainment bietet Ihnen in Form von zwei entnehmbaren, hochauflösenden und entspiegelten Audi Tablets ein neues Erlebnis im Formbereich. Mit der Navigationsfunktion behalten Sie Ihr Ziel sowie Ihre aktuelle Route stets im Blick. Zur Zieleingabe nutzen Sie die integrierte Suche und dank Zusatzinformationen sowie verschiedenen Kartendarstellungen behalten Sie das Steuer in der Hand. Genießen Sie die individuelle Unterhaltung während der Fahrt. Ihre persönliche Musik- und Filmmediathek speichern Sie per Micro-SD-Karte und Micro-USB-Port auf das Audi Tablet und haben Ihre Titel so jederzeit an Bord. Mit dem Zugriff auf den DVB-TV-Tuner oder auf Online-Media-Dienste wird der Vorbereich zum heimischen Wohnzimmer. Die eingebaute Kamera lässt sich für ein Videogespräch nutzen. Durch die WLAN-Verbindung mit der MMI Navigation Plus können Sie auf viele Fahrzeugfunktionen zugreifen. Nehmen Sie beispielsweise Sound-Einstellungen vor und bestimmen Sie, ob die Tonausgabe über Kopfhörer oder über die Soundanlage des Fahrzeugs erfolgen soll. Außerdem können Sie auf den Bordcomputer zugreifen. Prüfen Sie wichtige Statusinformationen wie den Ölstand und anstehende Serviceintervalle. Auch aktuelle Fahrdaten können direkt eingesehen werden. Mit dem Audi Tablet stehen Ihnen zudem die üblichen Tablet-Funktionalitäten des Android-Betriebssystems zur Verfügung. Dadurch ist das Rear Seat Entertainment ein vollwertiger Tablet-PC, den Sie auch außerhalb des Fahrzeugs nutzen können. Über den Google Play Store haben Sie Zugriff auf Apps und Spiele sowie Filme und Musik, Hörbücher und E-Books. Das Rear Seat Entertainment verwandelt den Fondsbereich zu einem Platz für Unterhaltung und Produktivität während der Fahrt.